Wir wandern im Schwarzwald. Heute in der Umgebung Triberg. Erste Station. Triberger Wasserfälle. Die Triberger Wasserfälle sind sowohl im Sommer als auch im Winter ein beeindruckendes Ausflugsziel. Die Triberger Wasserfälle gehören mit 163 Meter Fallhöhe und sieben Fallstufen zu Deutschlands höchsten Wasserfällen. Der Naturweg, der Kulturweg sowie der Kaskadenweg führen dich entlang des Naturereignis und informieren auf speziellen Tafeln zusätzlich rund um Tiere, Pflanzen und die Geschichte der Wasserfälle. Erste Weltgrößte. Kuckucksuhr. Die erste weltgrößte Kuckucksuhr befindet sich im Schonacher Untertal im Schwarzwald und wurde von Uhrmacher Josef Dold und seiner Familie in zweijähriger Bauzeit gefertigt. Ihr Uhrwerk ist 3,60 Meter lang, 3,10 Meter hoch und 1 Meter tief. Eine kleine Auflockerung. Habe meiner Pflanze angeboten, sie nur noch einmal pro Woche zu gießen. Sie ist darauf eingegangen. Der Schwarzwaldbahn Erlebnispfad. Die Besucher werden auf einer Panoramatour geführt, welche die ereignisreiche und spannende Geschichte der Schwarzwaldbahn im interessantesten Streckenabschnitt anhand anschaulicher Beispiele erzählt und lebendig werden lässt. Auf dem Pfad gibt es noch zahlreiche wundervolle Aussichtspunkte, die dem einen oder anderen die wunderschöne Natur des Schwarzwaldes näher bringen. Auch wenn der Pfad hier und da eine Schweißperle fordert, lohnt sich die Bemühung definitiv. Vorsicht ist jedoch geboten vor Greifvögeln, die nach einem Snack Ausschau halten. Die essen gern blöde Ziegen und auch sture Böcke. Oh, eine Höhle! Ja, genau. Es gibt auch Höhlen. Und diese hier ist frei zugänglich und dazu noch kostenlos. Aber dann noch schnell anschauen, bevor es nach Hause geht. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Für heute ist Schluss. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.